Let's fricken go, let's fricken go, let's fricken go, let's fricken go. Und fail. Komm schon. Hey, Moment mal. Hä? Das sind die gleichen Raids wie ohne Event. Scam. Zählt nicht für Element. Es zählt nicht für Element. Das scheiße Event zählt nicht für Element. F***ing Scam, Alter. Wie heißt das Event? Das wird ja gar nicht angezeigt. Das heißt Equipment Enhancement Event. Das muss man dann aber schon noch ein bisschen spezifizieren. Weil inwiefern ist ein Element kein Equipment? Enhanced Upgrade Event heißt das. The Chance of Successfully Upgrading Your Gear. Aber es gibt ja überhaupt kein Element Upgrade Event. Weiß doch jeder? Nein. Das wird nur reiche Schnösel namens Gespenst. Unterstrich X. X unterstrich X. Aber egal. Ich brauch weder Guru noch Krasik. Und Peña kostet auch nicht viel. Es gibt aber kein Element Upgrade Event. Gespenst. Also ergibt es keinen Sinn. Weil es gibt eigentlich für alles ein Upgrade Event. Außer für Element dann logischerweise. Und Upgrade Your Gear. Das Upgrade bezieht sich halt aufs Plus machen. Aber ich meine, Element gehört ja auch zum Gear dazu. Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Welcher Korinthenkacker, der sich das wieder ausgedacht hat, ey. Arbeitet bestimmt bei der Bundesregierung von Deutschland. Full Front. Du treust doch nur. Besser ist es. Ich hab schon deine Radresse rausgesucht. Hätt ich mir morgen den Tag freigenommen und wären wir bei dir vorbeigefahren. Kappe. Nur noch 1800 Krasik. Komm schon. Please. Man. 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 Das ist schon dreimal auf Plus 3 zurück. Das ist schon dreimal auf Plus 3 zurück. Das ist so lächerlich. Das machen sie einfach nur, um deine gesamten Materialien in der Toilette runterzuspülen. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schaffe ich nicht mal mehr. Plus 7. Wieder Plus 3. Das ist doch ein Witz, Alter. Es ist ein Witz, Alter. Das ist doch ein Witz, Alter. Es ist so ein schlechter Witz, Alter. Das muss jetzt quasi zweimal klappen, sonst sind die Mads leer. Alles oder nichts. Ich hab dir gestern nicht den Formhelm geschickt. Natürlich hab ich ihn dir geschickt. Sogar live on stream. Es gibt sogar einen Videobeweis, wie ich ihn dir geschickt habe. Naja, ich glaub ich lass es. Kein Bock auf die Scheiße. Das ist halt nur Element Plus 6. So lächerlich. Das waren halt 40 Versuche. Oder halt 40 whatever. Are you guys ready? War ja klar. War ja klar. Nichts anderes war zu erwarten. Okay. Dieses Switchen von den Tower, das nervt so. So sehr nervt es mich, dass ich es gleich dreimal hintereinander machen möchte. Viermal. Das war ja klar. Ah Komm schon. Dankeschön. Okay. Das letzte Mal, dass ich das Schild abgeupgradet habe, das war jetzt vor drei Monaten oder so. Also alles plus acht sollte eigentlich kein Problem sein, würde ich jetzt mal frech behaupten. Frech wie ich bin. Machen wir bei jedem fünf Tris erst mal. Mindestens bei einem muss es klappen mit fünf Tris. Sonst Scam. Sonst Upgrade S-Product Scam. Richtig hier ein Upgrade S-Product Scam. Hey. Hey, come on, man. Ich habe hier sogar sechs drauf gemacht. Zwei. Drei. Vier. OMG. Alter, wie kann das keinmal geklappt haben. What? Joke. Joke. Ich glaube, man spricht das Joke aus. Joke. What? Alter. Wie ist das möglich? Ey, leck mich einfach nur. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Dann First Try, oder was? Joke. Wow. Also noch mehr Pech geht eigentlich fast gar nicht von neun auf zehn. Alter. What the hell is going on? Dann kann man direkt weitermachen mit PD12. Was zur Hölle einfach. Muss ich ja PD12 benutzen, um freaking Sachen plus neun zu machen. Und nicht mal damit klappt's. Oh mein Gott. Über fünf Fails bei 20% Chance. Alles klar. Alles klar. Jo, wahrscheinlich, oder? Jo. Jo. Okay. Ist gut, Alter. Chill mal. What the fuck? Noch nie in meinem Leben so viel Pech auf plus neun gehabt. Und er macht First Try plus zehn. Ich hab schon mal gesagt, das ist Toxic. Direkt neben jemand anderem zu upgraden. Der grad Pech hat. Das ist einfach nur Toxic. Ich hasse euch. Naja, einen Teil krieg ich vielleicht noch plus zehn. Vielleicht. Dann passt jetzt mal auf, was ich jetzt mache. Wisst ihr, was wir hier mit solchen Leuten machen? Wisst ihr das? Wisst ihr es? Schaut euch das an. Schaut in den Chat. Danke dir, Kaito. I appreciate it. Ich hatte heute wirklich kein Mal, wo man sagen kann, okay, das war jetzt wirklich insane Glück. Und die Suit ist auch keine Ausnahme davon. Auch wieder über 20. 26. 26. 26. Meinen letzten 3S-Product. Ich hab sogar ein bisschen zu viele Matts gekauft. 34 Fails, natürlich. Es ist nicht so viel, fairerweise. Aber ich hatte halt vorhin schon eins, das über 45 hatte. Einfach scheiß Dreck. 26. 23. 35.